Hallo liebe Fasnerie, hier ist die Interessengemeinschaft Fasnerie aktiv und wir wollen euch heute sehr gerne zum Straßenfest einladen. Das ist heuer am 20. Juli. Die Einladung dazu bekommt ihr alle in den Briefkasten. Hi Werner, letztes Jahr gab es ja das Straßenfest, heuer gibt es die Woche der Fasnerie. Was heißt das? Ja, wir haben das Ganze ein bisschen entzerrt und ausgedehnt. Also wir fangen an am 13. Juli mit dem Flohmarkt und dann gibt es eine Kirchenbesichtigung und eine ökonomische Abendmeditation, einen Kindermahlwettbewerb, richtig viel haben wir das mal geplant für die Woche. Und dann am 20. ist natürlich der Höhepunkt, das Straßenfest. Die genauen Termine gibt es auf der Webseite unter aktuelles Veranstaltung. Okay, super. Was gibt es denn heuer auf dem Straßenfest, Werner? Ach du, wieder alles mögliche. Also wie im letzten Jahr, wir haben natürlich wieder haufenweise Biertische und wo es dann Bier gibt vom Rattlesnake Salon, wo wir hier gerade sitzen und vom Allee Stüber. Dann haben wir wieder die physikalischen Spielereien mit dem Gerd Müller, die Cocktailbar natürlich. Für Kinder haben wir jede Menge Sachen organisiert und dann natürlich Livemusik mit Bands und der Liedertapel. Ja Mensch, die Straße ist ganz leer. Wie soll das funktionieren am 20.? Ja, ich komm doch schon mit der ersten Bank hier. Super, toll. Eine Bank steht schon. Ja, eine Bank steht schon. Aber du, wir haben insgesamt 104 Tischgarnituren und da brauchen wir noch ein paar Leute, die das aufbauen, aber die Bühne noch. Also ein paar Leute brauchen wir schon noch. So, liebe Leute, wir würden uns total freuen, wenn ihr am 20. Juli ab 10 Uhr mithelft mit Aufbauen, Abbauen, Cocktailbar, Dekoration, was auch immer. Wir können jeden brauchen. Groß, klein, männlich, weiblich. Kommt einfach alle um 10 Uhr und als Goodie gibt es noch einen Gutschein zum Essen und zum Trinken. Also, bis dann. Super. Super.